hallo ist der martin von meinem mannke ist dass die taxanalyse für nun dienstag den 10.08.2021 und unser dax hat ja absolut seine mitte gefunden oder wie auch immer der hat die ruhe weg da ist kein zocken der pendelt fast schon auf der stelle also zumindest zum montag sind wir auf genau dem niveau der nächstes gar nicht mal so richtig ist ja ein bisschen höher hat er geschlossen also reingekommen ist mit ganzer das ist noch ganz geschlossen ich habe zurzeit ich habe gefangen sich gerade das ist ja noch gar nicht zu mensch gar nicht mitgeregt ich dachte ist so wenig hat er sich bewegt ich dachte es war schon schluss jetzt ja naja egal kommt das video heute ein bisschen zeitiger das ist mir auch nicht passiert ok also fakt ist trotzdem wir haben am freitag höher geschlossen wir hatten darüber gesprochen dass der dax zum montag zwei verschiedene optionen hätte die eine war sich direkt volle möhre früh gleich 8 uhr früh richtig zeitig schon oben raus zu drücken und dann den richtigen schwarzer oben raus zu machen über die 8 30 auf eine stelle von der dann die restliche woche nur seitwärts läuft das habe ich oft zitiert gehört heute im zusammenhang mit der dax hat jetzt die bewegung gemacht und notiert dann jetzt die restliche woche zu sein das war so nicht gemeint also ich habe wirklich ganz konkret gemeint dass er dann sich hoch stellt in so einer typisch bullischen woche gleich am montag 8 9 uhr sich richtig weit raus stellt und an den rest der woche zur seite macht das hat er aber nicht getan das heißt er hat jetzt hier keine not die restliche woche so weiter zu machen das glaube ich auch nicht das vielleicht auch noch mal zur klarstellung wir haben und gesehen die 755 dies nach unten umgeploppt hat man genannt als bedingung damit er tiefer kommt einmal gesagt also entweder sieht man dass er richtig stößt oder man sieht dass er nicht stößt und er ist ja schon mit abwärts reingekommen das war eigentlich schon das erste merkmal dass er eben nicht gravierend oben raus will und ich muss auch ganz ehrlich sagen bei den rohstoffabgaben die wir in der nacht gesehen haben wundert mich das auch nicht dass der dann nicht oben raus gekommen ist also wenn der rohstoffe wegbrechen man sagt immer das ist das ist vollkommen also ich konnte es noch nie nachvollziehen aber das ist ganz 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 markant typisch und üblich dass leute sagen wenn gold fällt steigt der markt und wenn der markt fällt steigt gold aber wenn man sich das meinen chart vergleich direkt anguckt ist eigentlich immer so dass sich beide ähnlich bewegen ja also dass wenn das eine steigt also kritik die großen gold rallies kam immer wenn die aktienmärkte gut gelaufen sind ja das ist einfach so und von daher bin ich da kein freund von der art vergleichen weil ich sie selber nicht bestätigen kann wenn ich auf den chart gucke und beide kurs übereinander lege und deswegen jetzt hier auch wieder schön zu sehen starke abgaben auch für die silber teilweise sogar acht prozent in der spitze minus gewesen dass das ist schon nach hausnummer halt auch eine golden vier prozent im minus gewesen in der nacht ja verwundert mich dass nicht dass der dax jetzt hier nicht 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 oben leicht fertig raus gekommen ist das zeigt zumindest dass er nicht voll abseits der realität unterwegs ist hier er hat sich aber gut gehalten über den tag ist für mich jetzt trotzdem hat eine chance oben raus gehabt hätte nicht genutzt ich würde könnte mir würde mich nicht verwundern wenn am dienstag dann jetzt auch noch mal probiert da ein bisschen drunter rum zu buddeln und vielleicht da sogar noch mal tiefer geht vielleicht noch mal auf die 670 630 die die beiden optionen die hat er weiterhin die kann er anlaufen wenn er jetzt hier wieder abdreht solange unter der 780 800 bleibt und da bleibt es auch weiterhin geht er auf die acht geht er hier drüber 780 800 schiebt es sich raus dann ist die nächste station diese 830 das ist diese verbindungslinie dieser letzten hochs hier auf tagesebene das hat man sich angeguckt und darüber wäre dann 899 49 die nächsten ziele der trigger an sich ist ja aktiviert das heißt er kann das auch gerne machen muss halt einfach drüber halten sie macht sich dadurch dass er jetzt zum montag diese war diese diese gegenteilige route gelaufen ist also die ich gehe unter 750 ich erreiche 700 670 und dings ist da jetzt erst mal in diesem rücklauf drin deswegen nicht wundern wenn ich sage ihr könnt mir vorstellen dass der 670 und 630 erreicht einfach weil er halt die montag die 57 unterrissen hat rückwärts gelaufen ist zum montag hat mehr unten rausgearbeitet als oben raus über den freitag das ist jetzt einfach so und könnte mir vorstellen dass da auch noch was hinterher kommt ansonsten ja klar über 780 wer dann die 830 die nächste die ist auf tagesschau sehr wichtig und wenn er die rausgeboxt kriegt richtig rausgeboxt kriegte haben natürlich auch gut chancen dann auch richtung 890 49 laufen das geht dann auch schnell naja das ist ein bisschen trügerig manchmal in symbolischen phasen wenn das so unheimlich langsam wirkt und so träge und so zur seite orientiert die aufwärtswilligen die kommt trotzdem relativ knackig und punktuell dann halt da muss man das ist einfach so also da sollte man sich dann auch nicht überrumpeln lassen und da die wild gegen bottern funktioniert dann ist okay so und von daher kann ich mir mehr gar nicht sagen also mehr gibt es ja nicht zu sagen können wir das video kurz halten tages katze ist erst mal noch grün tritt natürlich jetzt ja auch ein bisschen runter tages schluss ist jetzt zwischenzeitlich auch tatsächlich mal fix verändert sich jetzt nicht mehr ist jetzt unter am vortag ja sowas hat man hat man sowas schon mal das hat man eine ganze zeit lang das ist immer wieder so gemacht und war trotzdem noch mal gestiegen das finde ich jetzt nicht mehr das finde ich jetzt nicht mehr egal egal also fakt ist treten bis ein hatte weiterhin dynamisch verloren aufwärtswägung da hat das hat man da hat man gestern schon ausgeblich gesprochen aber solange da jetzt keine roten kerzen kommen und er jetzt hier auch wieder deutlicher unter 15 5 50 unter 15 15 zurückfällt gibt es aus tagessicht jetzt hier auch erstmal jetzt eher sogar noch das fenster oben ja das muss man ja auch sagt ja gut von daher eigentlich alles gleich wie gestern die marken sind die gleichen die tendenz ist naja vielleicht nicht fast die gleiche mir ist wichtig euch noch mal mitzugeben das szenario was wir beschrieben haben montagfrüh 8 uhr 9 auch richtig 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 über der 8 30 rausstellen das ist eingetreten halt das scheint der ein oder andere vielleicht falsch verstanden zu haben oder vielleicht habe ich es auch unglücklich formuliert ja genau also ich mache jetzt so wünsche euch viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss